Es tickt eine Bombe und sie steht kurz vor der Explosion und ihr merkt das nicht mal. Und genau darum soll es heute gehen. Wir möchten euch heute Methoden an die Hand geben, wie ihr einerseits eine tickende Zeitbombe im Vorfeld erkennen könnt und natürlich eine Methode, ein Tool, was euch dabei hilft, genau diese Bombe rechtzeitig zu entschärfen, bevor es eskaliert. Und das wollen wir lösen über ein Verständnis für die einzelnen Rollen, die man ausübt im Rahmen seiner Tätigkeit, in seinem Leben. Diese zu analysieren, zu hinterfragen und Konfliktpotenziale, die tickende Zeitbombe sozusagen, rechtzeitig zu erkennen und sich zielgerichtet an die Entschärfung heranzumachen. Kurzum, es geht um Rollenkonflikte und wir springen direkt in die Folge. Bleibt dabei. Bis gleich. Bis gleich. Mit dem Mann fürs Marketing, Christian Hilgers und dem Personalexperten Tobias Gantz. Die Abkürzung für deine Karriere. 5, 4, 3, 3, 1, 0. All in the running. Folge Nummer 4 des Karriere-Marketing-Podcasts. Heute soll es um interne Herausforderungen oder, nennen wir es beim Namen, interne Probleme gehen. Richtig, genau. Und wir hatten ja in unserer Auftaktfolge zum Thema Positionierung auch schon das kurz angerissen, beziehungsweise es ist ein Bestandteil der Positionierung im Unternehmenskontext, natürlich auch mal zu schauen, was sind die internen Probleme, sprich, wo gibt es Probleme innerhalb von Prozessen, innerhalb der Personalführung unter anderem. Aber da würde ich das Thema, beziehungsweise das Wort schon an dich übergeben wollen, weil da hast du natürlich deutlich mehr Expertise. Sehr gerne. Vielen Dank. Also die Frage ist halt einfach, wie du es ja schon eingeleitet hast, welche internen Probleme innerhalb eines Unternehmens kann es geben? Kurzum gesagt, die sind natürlich extrem vielfältig. Deswegen kann man sich mal betrachten, aus welchen Bereichen sie so kommen können. Das können natürlich einerseits zum Beispiel organisatorische Probleme sein. Das heißt, Hierarchien, die beispielsweise Innovationen bremsen, die die Motivation halt runterdrücken, weil ich vielleicht nicht die Möglichkeit sehe, aufzusteigen oder, 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 oder. Oder die Kommunikation kann auch ein großes Problem sein. Bei meiner Chefin stelle ich die Tür zu oder was auch immer. Es können Prozesse sein. Also Lieferketten ist ein großes Wort dazu, insbesondere wenn ich halt ein Produktionsbetrieb bin. Der Verkauf kann zum Beispiel nicht so ganz gut performen, warum auch immer. Vielleicht ist er auch gar nicht so gut connected mit dem Support-Bereich. Und dann gibt es da Potenziale, sagen wir es mal so, weil der Austausch nicht so ganz optimal stattfindet. Workflows können nicht so optimal sein oder da kann es noch Verbesserungsoptimierungspotenzial geben. Personal hast du gerade schon angesprochen. Auch ich gerade schon. Motivation, Qualifizierung, aber auch das Thema Personalbeschaffung. Und Personalbeschaffung ist ja eigentlich so eine eigene Welt, ein eigener Kosmos für sich mit Employer Branding, allerdings halt auch Recruiting und wie geht man es an, Fachkräftemangel und so weiter. Kann aber auch so Bereiche wie Finanzen, IT und so weiter und so weiter betreffen. Das heißt, alles, was sich innerhalb eines Unternehmens abspielt, aber hier auch eigentlich gelöst werden kann. Das heißt, wo ich keine externe Hilfe benötige benötige oder wo ich nicht auf externe Rahmenbedingungen angewiesen bin. Das sind so alles klassische interne Probleme, die wir im Unternehmenskontext einmal so erfassen und mal schauen, okay, wie arbeiten wir damit? Geben wir vielleicht den Impuls, dass man darüber mal nachdenken könnte, sie mal anzugehen und zu bearbeiten? Oder müssen wir halt einfach auch im Positionierungsprozess, und wir machen ja nur dann in Anführungsstrichen in dem Fall Marketing, müssen wir mit diesen Sachen arbeiten, weil die Unternehmensleitung sich überlegt, ja gut, das haben wir immer schon so gemacht, das möchten wir auch so beibehalten, dann ist das einfach so. Und ich glaube, darum geht es, es ist ja ein Teil der Bestandsaufnahme. Genau. Und es geht erstmal um das Erkennen. Und genau das ist ja der Punkt, den wir jetzt auf die persönliche Karriere übertragen wollen. Das heißt, was sind letztendlich eigentlich die internen Probleme im Rahmen meiner Karriere, im Rahmen meines Jobs letztendlich? Und da haben wir uns überlegt, wie kann man intern und extern, oder externe Probleme, dazu kommen wir dann in der nächsten Folge, wie kann man das Ganze spiegeln? Und hier sind wir so auf den Begriff Perspektive oder auch Sicht gekommen, also interne Sicht und externe Sicht soll heißen, in dieser jetzigen, heutigen Folge möchten wir uns mit der internen Sicht beschäftigen, also alles, was mit mir als Person passiert und wie ich mich geriere, wie ich mich, in welchen Kontexten ich mich bewege, also alles, wo ich als Person im Mittelpunkt stehe, das ist so die interne Problematik, wie wir sie jetzt im Karrierekontext betrachten wollen. Genau. Und für uns hat sich da als Ansatz bewährt, einmal einen Blick auf die Rollen, die man selbst ausübt, also als Person, genauer zu betrachten. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist erstmal wichtig, grundsätzlich zu unterscheiden, okay, was ist eigentlich eine Rolle, was ist eine Position und was ist eine Funktion, um da abgrenzen zu können. Genau. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich noch einen kurzen Einschub machen, denn jetzt macht es nämlich auch Sinn, auf den Song der Folge zu kommen. Haben wir nicht vergessen, natürlich haben wir ihn perfekt an dieser Stelle eingeplant, weil du hast die Rollen angesprochen. Und der heutige Song der Folge ist ein Klassiker und ein epischer Klassiker, den man einfach nur großartig finden kann, wie ich denke. Und zwar The Show Must Go On von Queen. Und zwar geht es in dem Text einfach auch sehr viel darum, dass ich nach außen mich als Person gebe, aber in mir drin ganz viel passiert. Und ich aber mit dieser Show, mit dieser Show nach außen, mit diesem, ich lebe mit dem, was halt draußen passiert, auch wenn es mir gefällt oder nicht gefällt, ich mache mit meiner Show weiter. Und insofern, das passt einfach sehr, sehr, sehr perfekt vom Kontext her in diese Folge. Und jetzt wollen wir uns die Rollen, Funktionen, Positionen, was auch immer betrachten. Das hast du vorbereitet. Genau, richtig. Also grundsätzlich innerhalb einer Organisation gibt es natürlich eine Position, sprich einen formalen, also man trägt einen formalen Platz in der Organisation, wie beispielsweise es beim CEO der Fall ist. Der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer, genau. Der Geschäftsführerin, genau. Davon abzugrenzen ist die Funktion, sprich, welche Funktion übe ich innerhalb dieser Organisation aus? Also ich erbringe eine spezifische Leistung oder erfülle eine Aufgabe. Zum Beispiel, ich bin Abteilungsleiter Marketing oder Abteilungsleiter für den Personalbereich. Das ist eine Funktion. Genau, insofern schon ganz spannend, weil ja eigentlich meine Position ist Abteilungsleiter, aber über die Funktion findet da die Unterscheidung statt. Also es gibt mehrere AbteilungsleiterInnen innerhalb der Organisation. Und die Funktion, also ob ich jetzt PersonalabteilungsleiterIn bin oder ob ich jetzt MarketingabteilungsleiterIn bin, das definiert sich halt einfach über die Funktionen. Da ist die Unterscheidbarkeit zu setzen. Genau. Und davon abzugrenzen ist dann auch noch eine Rolle, die man ausübt. Natürlich hat man die Rolle, zum Beispiel als Vorgesetzter, aber natürlich auch eine Rolle als Abteilungsleiter irgendwo. Obwohl das gleich geht mit einer Funktion, aber es ist natürlich auch irgendwo eine Rolle, die man bekleidet. Also ein Berufstitel, den man gegebenenfalls trägt. Und das Schwierige an Rollen ist immer, dass an eine Rolle, die man ausübt, eine gewisse Erwartung gestellt wird. Und das ist ja der wichtige Punkt, das sollten wir vielleicht an der Stelle noch ein bisschen herausheben. Positionen und Funktionen sind formal. Die sind vorgegeben, die sind für jeden sichtbar. Ich kann also sehen, gegebenenfalls an einem Namensschild oder natürlich, wenn ich in die Payroll gucke oder wo auch immer. Am Jobtitle. Genau. Ich kann sehen, wer oder was für eine Position und Funktion ausgeführt wird. Allerdings kann ich nicht sehen, als welche Rolle, in welcher Rolle sie ausgeführt wird. Das heißt, Rolle ist ja auch immer eine Beziehung zu einem Gegenüber. Und wenn ich jetzt als Angestellter zum Beispiel in der Hierarchie unterhalb der Funktion Abteilungsleiter bin, da ist trotzdem die Rolle noch nicht so ganz geklärt. Es kann trotzdem auf Augenhöhe passieren. Es kann trotzdem in einem ganz komischen Kontext passieren. Das, was ich also sagen will, wichtig, Das, was ich sagen will, ist halt also, Rollen sind ungeschrieben und müssen herausgefunden werden, müssen sich erarbeitet werden. Richtig, genau. Es ist keine Vorgabe, keine Gegebenheit, sondern meistens kristallisiert sich eine Rolle erst heraus, indem man sie auslebt und logischerweise auch hinterfragt. Klar, man kann da proaktiv darauf einwirken, indem man sich die richtigen Fragen stellt und schaut, okay, was für eine Erwartung wird an meine Rolle, die ich jetzt gerade ausübe, eigentlich gestellt. Und das ist genau auch der Ansatz, den wir heute bei den internen Problemen verfolgen wollen. Absolut. Dass man für sich selbst einmal klärt, okay, welche Rolle übe ich eigentlich aus? Und das gilt nicht nur in der Rolle, in seinem Beruf sozusagen, also seinen Job, den man ausübt, sondern es gibt ja noch weitere Rollen, die man ausübt. Wie zum Beispiel, ich bin Vater, Vater, ich bin Mutter, ja, aber ich bin beispielsweise auch ein Vereinsmitglied. Und wie diese Rollen zueinander stehen und wo dort einerseits in der Rolle an sich Konfliktpotenziale es gibt, weil die Erwartungshaltung nicht geklärt ist, aber auch die Rollen untereinander. Wo können an der Stelle gegebenenfalls Konflikte oder Probleme entstehen und diese zu erkennen und dafür Lösungen zu erarbeiten? Darum soll es heute gehen. Genau, du hast es ja schon angesprochen. Also wichtig erstmal so, der erste Takeaway, wenn man so möchte, ist, eine Rolle führe ich nicht nur oder fülle ich nicht nur im beruflichen Kontext aus, sondern ich bin immer zu jeder Zeit in einer Rolle, sei es in meiner Rolle als Sohn, in meiner Rolle gegebenenfalls als Vater, in meiner beruflichen Rolle, aber auch hier in verschiedenen, als vielleicht Vorgesetzter, aber auch als Angestellter. Ich habe im Privatleben sowieso verschiedene Rollen, Vater, Mutter, Freund, Sohn, Vereinsmitglied, Ehepartner. Kurzum, ich bin immer in einer Rolle und das muss ich mir erstmal bewusst machen, dass ich nie neutral irgendwo auftrete, sondern immer im Kontext, in Interaktion mit anderen Menschen, Rollen ausfülle. Richtig, genau. Und um einfach mal ein Beispiel zu geben, was für Konfliktsituationen entstehen können. Zum Beispiel, du bist Vater oder du bist Mutter und auf der anderen Seite hast du eine verantwortungsvolle Position im Unternehmen inne. Zum Beispiel, du bist Führungskraft einer Abteilung und dort werden natürlich auch gewisse Erwartungen an dich gestellt. Und wenn es jetzt so ist, dass in der Rolle als Vater oder als Mutter besteht natürlich irgendwo die ungeschriebene Erwartungshaltung, dass du Zeit mit deinem Kind verbringst, dass du für dein Kind da bist und dass du grundsätzlich erstmal Zeit aufwendest. Und genau das kann ja auch in Konflikt stehen zu den Erwartungen, die an dich gestellt werden in der Rolle des Vorgesetzten oder Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter. Wo gegebenenfalls erwartet wird, dass du über deine normale Arbeitszeit hinaus Überstunden leistest und logischerweise auf der anderen Seite Zeit mit der Familie, Zeit mit deinem Kind gekürzt wird. Und das ist so, ich glaube eine der klassischsten Situationen, die in dem Zusammenhang auftreten können, dass es da gegebenenfalls ein Missverhältnis gibt. Und dieser Problematik sollte man sich bewusst sein und da konkret eine Lösung erarbeiten, wie man damit in seinen Rollen umgehen möchte. Und da hast du schon den ersten wichtigen Punkt genannt. Natürlich vor allem die Rollenerwartungen und die Chance zu sehen, also auch immer die Chance zu sehen, ganz, ganz wichtig. Wir wollen positiv bleiben. Auch an Lösungen zu arbeiten. Und dafür ist es sehr, sehr gut, wenn ich mir erst mal bewusst mache, welche Erwartungen in welcher Form an meine Rolle gestellt werden. Also erster Schritt, klar werden, ich fülle eine Rolle aus. Dann, welche Rolle fülle ich aus? Und dann, wie sieht die Erwartung an mich aus? Und in welcher Form werden sie an mich herangetragen? Und hier unterscheiden wir zwischen Muss, Soll und Kann Erwartungen. Nämlich die Erwartungen, die ich in meiner Rolle auf jeden Fall befolgen muss, wo ich keine andere Chance habe, dann, welche ich ausfüllen soll. Das heißt, wo ich schon theoretischen Gestaltungsspielraum habe, der allerdings nicht akzeptiert ist, ein Stück weit. Und dann Erwartungen, die ich erfüllen kann, wo man dann hier am ehesten auch auf die Lösungssuche gehen kann. Wo man dann halt auch überlegen kann, muss ich die ausführen oder muss ich die für mich ausführen? Und wie wirkt das dann im Kontext, in Interaktion mit der anderen Rolle, die halt diese Erwartung an mich stellt und so weiter. Und hier können wir in die Lösung gehen. Und vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen. Sehr gerne. Also an dieser Stelle möchte ich für Muss, Soll und Kann einfach mal ein Beispiel aus der Praxis anführen. Eine Muss-Anforderung zum Beispiel im beruflichen Kontext wäre, dass ich natürlich einen gewissen Grad an Aufgaben erfüllen muss, die natürlich einerseits an meine Aufgaben gekoppelt sind, aber natürlich auch an gesetzliche oder vertragliche Gegebenheiten. Ich habe innerhalb meines Arbeitsvertrages gewisse Dinge vereinbart, an die ich mich halten muss. Und das ist logischerweise eine Muss-Vorgabe oder für mich als Personaler jetzt im Bereich Arbeitsrecht gibt es natürlich auch gewisse Vorgaben, die ich im Personalbereich umsetzen muss, damit es den gesetzlichen Gegebenheiten entspricht. Das wäre beispielsweise eine Muss-Vorgabe. Eine Kann-Vorgabe beziehungsweise Soll-Vorgabe wäre der nächste Schritt, wäre, dass gewisse Erwartungen an mich gestellt werden, sprich, dass ich dem Unternehmen gegenüber loyal und ehrlich bin, dass ich dem Unternehmen Vertrauen schenke und so wiederum ich auch erwarte, dass das Unternehmen mir vertrauen kann. Das sind unausgesprochene Regeln, die es in Unternehmen gibt. Oder einfache Sachen, wie dass ich pünktlich bin. Das ist ja auch eine Sollerwartung. Richtig. Zumindest, wenn es nicht anders vereinbart ist, Gleichzeit etc. oder so, dann erwarte ich natürlich auch als Arbeitgeber, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bitte auch pünktlich dann am Arbeitsplatz zu erscheinen hat. Klar. Genau. Einerseits natürlich vertraglich auch festgehalten, dass ich eine gewisse Arbeitszeit meinem Arbeitgeber zur Verfügung stelle und schulde. Aber in einigen Fällen wird das gegebenenfalls ja auch ausgereizt. Oder gibt es auch Alternativlösungen, wie zum Beispiel eine flexible Arbeitszeit. Aber das würde, glaube ich, an der Stelle zu weit führen. Es geht letztendlich darum, einfach mal zu beschreiben, wie sich diese Muss, Soll und Kann Ausdifferenzierung äußert in der Praxis. Unter der Kann-Erwartung soll verstanden werden, dass ich ja durchaus auch eine Vorbildfunktion erfülle. Sprich, als Führungskraft oder Vorgesetzter, aber auch in meiner Rolle als Experte für einen Themenbereich, kann ich ja durchaus ein Vorbild sein für andere. Und das ist eine Bedingung, die muss nicht erfüllt werden, aber sie kann. Und das macht es eigentlich auch genau schon klar. Das ist im Prinzip eine Verhandlungsmasse. Also ich sage mal, eine Kann-Erwartung ist, dass ich vielleicht ein Vorbild sein kann in meiner Rolle als Vorgesetzter. Das heißt dann, ich verlange von meinem Team, dass ich halt auch über den Tag oder über den Feierabend hinaus erreichbar bin, Rufbereitschaft. Da merkt man vielleicht schon den Konflikt. Das ist dann nämlich Innenkonflikt mit meinem Privatleben, weil das ist außerhalb meiner Arbeitszeit. Und jetzt ist halt so die Frage, wenn ich das von meinem Team erwarte, dann ist es natürlich schon irgendwo eine Erwartung vom Team auch an mich, dass ich das vorlebe. Aber wenn ich das nicht erfüllen möchte, weil ich dann doch Wert auf mein Privatleben lege, dann ist natürlich das einfach einfache Verhandlungsmasse. Da kann ich mich dann halt auch fragen, wenn meine Frau mir dann auch irgendwann sagt, bitte bleib bei deinem Privatleben privat und lass es nicht von der Arbeit irgendwie sehr vereinnahmen, dann kann ich halt auch hingehen und sagen, okay, diese Rufbereitschaft über die Arbeitszeit hinaus, das ist halt ein Punkt, darüber kann man diskutieren. Nur wenn ich das mache und wenn ich das für mich in Frage stelle, ob ich das ausführe, dann sollte ich natürlich auch so fair meinem Team gegenüber sein, aus meiner Vorbildfunktion heraus zu überlegen, dass ich das dann auch von denen nicht erwarten kann, sondern dann auch hier Vorbild bin und sage, okay, für uns alle bleibt das Handy arbeitstechnisch nach Feierabend aus. Genau. Und das ist, glaube ich, eine gute Vorgehensweise, sich für sich selber mal in den Rollen diese Muss, Soll und Kann Erwartungen erst mal zu klären, also für sich erst mal die Werte festzulegen, was möchte ich überhaupt und was möchte ich nicht, weil genau dann kann ich erst innerhalb der Rollen diese Konflikte überhaupt erkennen und das ist eigentlich auch der erste Schritt, wenn man das getan hat, erst dann ist man ja in der Lage, überhaupt in die Kommunikation zu gehen, sei es in die Kommunikation mit seinem Team, sei es in die Kommunikation mit seinem Vorgesetzten oder sei es auch, logischerweise, in die Kommunikation mit seinem Ehepartner, mit seinem Kind, je nachdem, welche Rolle in diesem Zusammenhang angesprochen wird und dann gilt es, eine Lösung zu erarbeiten, um diesen Konflikt zu entschärfen oder dann ist es in der Regel schon zu spät, aber natürlich dem vielleicht auch vorzubeugen, dass genau so eine Situation nicht eintritt. Genau. Und damit sind wir schon bei der Methode der Folge. Genau. Und zwar, also wie wir es ja auch schon in den vorigen Folgen angefangen haben, möchten wir auch hier wieder einen Lösungsansatz bieten in Form einer Methode, den Rollenkompass in dem Fall und wir haben hier wieder einiges vorbereitet. Auch hier gilt wieder alle Informationen, alle Dokumentation, alle Dokumente, Dateien und so weiter erhaltet ihr über unsere Mailingliste, die ihr über Karriere.Marketing anfordern könnt beziehungsweise euch dort eintragen könnt und beim Rollenkompass haben wir im Prinzip drei Aspekte vereint und zwar geht es los mit dem Rollenangebot. Das Rollenangebot, die dazu erst überhaupt mal einen Überblick über potenzielle Rollen zu bekommen. Das heißt, klar, die Rolle im Job, das ist jetzt relativ einfach, aber darüber hinaus gibt es ja noch unterschiedlichste Rollen, die man in seinem Alltag ausüben kann und um euch dementsprechend etwas Orientierung zu geben, findet ihr im Rollenangebot die typischsten Rollen, die man im Alltag so ausüben kann und dementsprechend habt ihr die Möglichkeit, euch da einzusortieren. Genau. Und als zweites haben wir die Rollenlandkarte, das heißt, mit dem Ich im Mittelpunkt einfach mal bestimmte Rollen drumherum zu sortieren und dort dann auch genau mit diesen Erwartungen zu arbeiten. Das heißt, zu schauen, in diesem Rollenaustausch, welche Muss, Soll, Kann, Erwartungen können dort entstehen oder sind dort verankert, um dann auch sich selbstbewusst zu machen, vielleicht gibt es da auch Erwartungen, die ich nicht so auf dem Schirm hatte, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, kommen sie so an die Oberfläche und vielleicht kann ich da auch schon so langsam auch Konfliktpotenzial erkennen, was ich dann im allerbesten Fall und das ist ja das Gute, wenn ich Konfliktpotenzial erkenne, ist der Konflikt auch nicht so groß, dass er schon wirklich explodiert ist, sondern ich habe hier jetzt noch die große Chance einzuwirken und zu sagen, okay, da kann ich jetzt proaktiv rangehen und vielleicht gibt es da was, wo ich mit meinem Ehepartner zum Beispiel darüber sprechen kann, dass es halt, dass mir was aufgefallen ist und dass ich jetzt bewusst auch mit ihr zum Beispiel daran arbeiten möchte, das im Vorhinein schon zu entschärfen, bevor es halt wieder zur Katastrophe wird. So soll es sein. Und als dritten Schritt haben wir den Rollenkonfliktfinder beziehungsweise die Rollenkonfliktlösung. Wie sieht die aus? Genau, hier geht es darum, dass einfach ihr anhand von Fragen geleitet werdet, dass ihr Ideen bekommt, wie ihr letztendlich, wenn ihr diese einzelnen Konfliktsituationen oder Momente für euch analysiert habt oder erkannt habt, wie könnt ihr dann umgehen? Und das sind Lösungswege, klassische Lösungswege, logischerweise ist ein großer Faktor die Kommunikation. Das heißt, wie kann ich optimalerweise mit meinem Arbeitgeber in ein Gespräch gehen? Wie kann ich Probleme lösen, zum Beispiel dieses klassische Konfliktthema oder die klassische Konfliktthematik, die ich gerade genannt habe? Flexibilisierung von Arbeitszeit ist dann ein sehr großes Thema oder aktuell natürlich auch sehr interessant, wie können gegebenenfalls Homeoffice-Regelungen aussehen, dass ich einerseits meinen privaten Bedürfnissen oder Vorstellungen gerecht werden kann, aber natürlich auch auf der Arbeit gut performen kann und Leistung erbringen kann. Perfekt und damit wollen wir es eigentlich so für heute schon abschließen. Wir müssen ja nicht jede Folge arg überziehen und wollen das einfach mal so zusammenfassen. Also wir haben uns angeschaut, generell, was verstehen wir überhaupt unter internen Problemen, nämlich alles so das, was mich als Person betrifft und was Wahrnehmungen und Anforderungen, Erwartungen an mich sind und wie ich damit interagiere als Rolle, dass es Rollen überhaupt gibt und ich immer in einer Rolle bin und dann haben wir uns angeschaut oder halt für uns dann die Methode betrachtet, den Rollenkompass, wie ich damit überhaupt umgehen kann, arbeiten kann und wie ich das nutzen kann, um Konflikte zu finden, um dann aber auch proaktiv in die Lösungsfindung und Lösungsumsetzung zu gehen. Damit haben wir, glaube ich, alles. Richtig. Natürlich gilt, wie sonst auch immer, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, schreibt uns an. Genau. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes oder lasst uns einfach einen Kommentar in den sozialen Medien. hallo.karriere.marketing kann man ja auch nochmal sagen. Richtig. Und ansonsten die üblichen Social Media Kanäle Instagram, Facebook, LinkedIn, dort findet ihr uns, YouTube natürlich auch. Ihr könnt uns auch wirklich im Bild sehen und ansonsten abonniert wirklich unser Mailing, unsere Newsletter, weil dort findet ihr nicht nur alle Unterlagen, die wir mit viel Hingabe auch tatsächlich erstellen, auch in einem schönen professionellen Layout auch lecker anzugucken, sondern ihr findet auch oder bekommt auch immer eine kurze Meldung, wenn die neueste Folge da ist, um euch auf dem Weg, auf eurem Karriereweg auch wirklich voranzubringen. Das ist unser Ziel und ich hoffe, das haben wir heute wieder geschafft. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit unserer Performance, muss ich wirklich sagen. Kann man ja auch mal sagen. Muss man auch mal sagen. Muss man auch mal sagen. Insofern, Tobi, ich danke dir und wir sehen uns in der nächsten Folge, da geht es um die externen Probleme. Das wird auf jeden Fall sehr gut. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Karrieremarketing Podcast Karrieremarketing Podcast Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing Karriere.marketing Tranquility Base hier. The Eagle has landed. Das ist ein sehr gut. Das ist ein sehr gut. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020